Hallihallo Freunde, die TV ist wieder am Start und zwar entfernt gefragt worden, wie bekommt man die Arme? Ich zeig's euch, kommen wir. Nehmt euch ein Kilo, scheißegal, wer ist hier? Ich nehme jetzt hier 12 Kilo. Ich zeige, was ihr machen müsst. Also nicht das übliche so, sondern um richtig gelben, krassen Bizeps zu haben, macht ihr es so wie ihr. Macht es erst so, dreht es komplett ein und mit der kleinen Finger hier in die rechte Seite zeigt, spannet den Bizeps noch mal kurz ab. Geht langsam wieder runter. 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 Also fünf bis sechs Mal jeden Arm. Ja, und dann gehen wir weiter. Und zwar machen wir dann genau die gleiche Hand. Macht. Und vier Sekunden dann nach unten. Okay, ich zeig's euch schon nochmal von der Seite hin. So, nach den Armen gibt's nämlich schon den Bizeps und auch den Trizeps. Den Trizeps würde ich euch empfehlen, Lips zu machen. Das ist am effektivsten. Naja, ich zeig's euch mal. Komm mal mit. Hier ist das Gerät. Kommt bald ein bisschen her, Freunde. Und macht genau hier. Also wenn es hier kommt, müsst ihr eure Hand genau so hermachen. Und macht ihr so. Die Beine ganz schön so zu machen. Danach macht ihr. Kopf schön nach oben halten. Wenn man das nach unten macht, geht's auf die Brust. Und wir wollen ja den Trizeps. Nachdem ihr es zehnmal gemacht habt, ja, ist eigentlich schon fertig. Wir müssen eigentlich nur ungefähr noch zehn Liegenschütze machen. Und fertig. Danach geht ihr nach Hause, isst etwas mit viel Eiweiß. Und dann klappt es auch mit dem Bizeps, Freunde. Tschau.